Musik Ja, guten Abend, liebe Gäste, mein Name ist Riesda Mulder. Guten Abend, mein Name ist Ubaik Elipf. Wir heißen Sie heute Abend im Namen der Vereine Bera und Bumi R.V. zu unserem diesjährigen Fastenbrechen willkommen. Beide Vereine haben sich in ihrer Vereinsarbeit das Ziel gesetzt, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, Regionen und Weltanschau zusammenzubringen. Musik Ramana ist eine Zeit des Teilens und des Miteinanders und es ist eine Zeit, in der Menschen zusammenkommen und auch der Dialog in besonderer Weise stattfindet. Musik Wirklichen uns gerne hösten die Muskeln mit in diese Zeit. Und dass wir davon was erleben, dass dieses Fastenbrechen vielleicht noch ein Teil ist. Und ich wünsche uns, dass wir diese Freiheit heute Abend hier auch erleben mit uns. Vielen Dank. Sende Du Dein Licht und Deine Wahrheit, dass wir erkennen, was der Welt zum Feilen gibt. Richte Du unsere Füße auf den Weg des Friedens ein. Musik Richte Du Dein Licht und Deines Möbel, 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 Möbel Möbel, Möbel Möbel, Möbel Möbel, 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 Möbel Untertitelung des ZDF, 2020